Ich heiße René Pickert, komme vom Institut für Web Science & Technologies und ich habe eine Session angeboten zu dem Thema Rate this OER. Und da ging es im Wesentlichen darum, Kriterienkatalog zu entwickeln für OER-Plattformen, dass wenn ich als OER-Ersteller meine Sachen irgendwo teilen will, ich entscheiden kann, zu welcher Plattform kann ich gehen. In der Session waren super coole Leute, wir haben total konstruktiv diskutiert und einen tollen Kriterienkatalog entwickelt und haben jetzt E-Mail-Adressen ausgetauscht und wollen als Follower wirklich diese Webseite online stellen und in einer kleinen Umfrage noch einmal miteinander die Kriterien ranken und evaluieren, sodass wir nützliches Tool hinstellen können. Ob die URL so bleibt, wie wir sie genannt haben, wissen wir natürlich noch nicht.